Mein Leben. Meine Familie ist nur Teil eines Buchs. Ein weiteres Spices-Arschloch entscheidet für mich. Er hat mir meine Tochter genommen. Hängt es halt noch fünfmal auf, das Foto. Das war ein Witz. Der Ellen war 13 Jahre lang in so einem Ding drin. Meine Schuldgefühle. Meine Fehler. Du? Du bist fünf Minuten da. Oh. Hier ist sie. Was du nicht sagst. Ich bin eine schlechte Mutter. Ich habe sie starten lassen. Buh. Guck. Hau was. Du Versagerin. Ich hab das verdient. Scratch hat Casey erwischt. Und ich bin schuld. Jetzt wird's wild. Die Horrorgeschichte. Mein Leben. Meine Familie ist nur Teil eines Buchs. Ein weiteres Spices-Arschloch entscheidet für mich. Er hat mir meine Tochter genommen. Ich werde nie von dieser Geschichte frei sein. Von ihm. Er hat sie benutzt. Sie ist nicht tot. Verdammt. Nein. Na, will du nicht. Come on. Buh. Äh, hallo? Wo soll das hin? Da geht nicht. Ah, jetzt auf einmal. Da hängt es halt noch fünfmal auf, das Foto. Das war ein Witz. Ah, was haben wir denn da? Casey war verletzt. Ich hätte auf ihn aufpassen sollen. Streicheln. Dieser Fall, dieser Raum, ist irgendwas davon real? Night Springs. Logan und David lieben diese Show. Ihr wöchentliches Ritual. Äh. Casey wurde verdorben. Ich habe nichts unternommen. Scratch war awake. Wie konnte ich das übersehen? Gut. Es hat keiner wissen können. Ich hätte ihnen nie trauen sollen. So, jetzt haben wir ein paar neue Sachen. Das ist da her. Was? Oh, das ist nett. Okay. Idiot, idiot, idiot. Was passiert hier? Ich habe keine Ahnung. Ich drücke einfach bloß Knöpfe. Einmal ganz runter. Ja. Warum passiert das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Fühlt sich an, als würde ich in einem Albtraum festsitzen. In einer Kammer mit meinen Ängsten. Und sitzt er auf dem Albtraum fest? In einem Albtraum. Sorry. Was passiert mit mir? Es braucht Unterstützung und sie war nicht da. Profiling kann ich nicht machen. Es war so offensichtlich, dass die Coskiller-Brüder zum Kult gehörten. Der Kult war nur der Anfang der Spirale. Ich habe genug von euch wahnsinnig. Ich hätte Casey nie allein im Hotel zurücklassen sollen. Gut, war vielleicht auch ein Fehler, ja. Ich bin schon zu lange von Logan getrennt. Was zum Teufel? Ja, Mann. Die ewige Sauerei habe. Und immer das Letzte. Das ist mir das Erste. So, nö. Ich hasse das. Aber es stimmt. Ich habe versucht, die Gedanken zu unterdrücken. Aber ich kann ihnen nicht entkommen. Ich ertrinke. Ich brauche einen Ausweg. Bevor ich untergehe. Ein Ausweg, wieder Profiling. Alter, warum schaust du so schlimm aus auf dem Foto? Nein. Es muss einen Ausweg geben. Ich muss hier raus. Oh Gott. Nichts davon ist real. Ich drehe durch. Ich bin nicht mal hier. Der Gedankenraum ist nicht real. Ein Fall über übernatürliche Dunkelheit? Das muss ein psychotischer Schutz sein. Ich habe Logan nach Waterville geschleift. Ich bin schuld an ihrem Tod. Es muss einen Ausweg geben. Ja, Mann. Der war eigentlich woanders. Ich muss hier raus. Was war's? Es hat keinen Sinn mehr. Alles ist verloren. Es gibt keinen Ausweg. Ich kann alles versuchen. Keinen Ausweg. Keinen Ausweg. Ich sitze für immer hier fest. Alter, der Ellen war 13 Jahre lang in so einem Ding drin. Ich habe Schuldgefühle. Meine Fehler. Du? Du bist fünf Minuten da. Oh. Hier, sie. Ich komme nicht mehr weiter. Ich sitze fest. Aber das ist mein Gedankenraum. Mein Geist. Alles, was ich brauche, ist hier. Es muss hier sein. Ich will hier Schichtreicheln. Die Lichter. Nein. Nein. Ich gebe nicht auf. Der Gedankenraum fühlt sich anders an. Super. Etwas hat sich verändert. Du hast dir deinen eigenen Gedankenraum und Stromrechnung gezahlt. Ich habe nichts mehr. Meine Marke. Ich hätte diesen Fall nie übernehmen sollen. X? No. Die Geschichte hat sie benutzt. Scratch war zu viel für uns. Casey hätte nicht mitkommen sollen. Alter, ich sehe nichts. Da ist eine Tür. nicht so folgt aber geht momentan in der ist noch ein kreis mit pünktieren was super diese leichter einiges auch cool schlussfolgerung verfügbar kaufeltasen und musste an dich denken nicht schlimmste mama auch keine umarmung er hätte nicht so cool nicht schlimmste mama aber nirgendwo ist Ja. Ganz normal, ey. Kann ich schon mal davon kommen, so ein Messer in den Ohren. Ich wollte mich nur für deine Nachricht bedanken. Manchmal mache ich mir einfach zu viele Gedanken, weißt du? Du bist echt die beste Mama. Wirklich. Okay. Wir hören uns. Noch irgendwo was? Ich habe ein Ramban für dich gemacht. Und ein passendes für mich. Also bring etwas cooles aus Washington mit. Damit wir sie verziehen können, okay? Das sind also die Anhängerohren. Ah. Cool, cool, cool. Nein, ich lese nicht mehr weiter. Diese Auszeichnung ist eine große Ehre. Vielen Dank. Auch wenn sich unsere Behörde weiter verbessern muss, ist die Arbeit, die wir hier leisten. Der Schutz der Gemeinden und die Suche nach Bewahrheit. Die wichtigste Arbeit, die es gibt. So, darf ich wieder? Oh Gott, so viel. Ich darf mich einfach nicht verunsichern lassen. Okay, eins ist komplett. Ich weiß, was ich tue. Nicht, was ich tue. Lass mich in Ruhe. Sorry, hab mich doch bloß verdrückt. Ha. Fertig. Das nächste, egal. Es wird langsam. Ach, halt auf die Klappe. Alles ist real. Ich weiß es einfach. Es ist nicht zu scheiße. Egal, was ich tue, jemand wird verletzt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe Angst. Ich bin mein größter Feind. Die Ängste in meinem Kopf lähmen mich. Ich kann nicht weg. Ach zum Teufel. Unsere Last One. Angst zu haben ist normal. Aber hier darf es nicht enden. Nein, nein, nein. Ich will nur, dass es aufhört. Aufgeben ist auch keine Option. Logan braucht mich. Und Casey auch. Scheiße. So, fertig. Da fehlt noch eins. Ah, gar nichts mehr. Ah. Okay, ich gehe. Definitiv. Nicht besser. Hier rauszukommen wäre ein Anfang. Ich habe Angst. Es wird wehtun. Aber es nicht zu versuchen wäre noch schlimmer. Es wird wehtun. Aber ich werde kämpfen. Das ist das letzte Teil, oder? Wo wird das hin kommen? Scheiße. Der dunkle Ort will mich hier festhalten. Konfrontation ist der einzige Ausweg. Wake nannte es ein Albtraum. Ich muss mich hineinstürzen und den Weg nach Hause finden. Voll abgeschlossen. Manuskript. Wann jetzt wieder alles? Geh. Ja, das war ja auch genau. Oh, gar nichts. Untertitelung des ZDF, 2020